Ja, hi und willkommen bei IGNBS und heute machen wir mal wieder ein Let's Play und zwar diesmal Chouro Academy. Ich weiß nicht warum, ich weiß auch noch nicht so ganz genau was ich hier überhaupt soll und keine Ahnung, aber wir machen einfach ein Let's Play, weil man ja ein Let's Play machen muss. Und ich habe hier schon mal irgendwie was gemacht, ich weiß aber noch nicht so genau was ich überhaupt hier gemacht habe und man muss irgendwie diese Juwelen hier in so einer Reihenfolge hier bringen und ja, die muss man tauschen und das Ganze kann man nur ein paar Mal machen und man muss irgendwas machen und ja, das machen wir jetzt und vielleicht passiert ja was, ich weiß nicht so genau. So, was haben wir jetzt noch? Das hier können wir machen. Siehst du, da passiert dann manchmal Wow, Magic Mode, was heißt denn das? Holy Shit! Okay. Siehst du, das habe ich gemeint, das macht einfach von alleine. Oh boy. Und was ist jetzt? Das ist so hell. Shit, was ist denn jetzt? Holy Shit! Hallo! Jetzt ist es schwarz. Was ist denn jetzt? Hallo? Was ist denn das jetzt? Hallo? Alter, was geht denn jetzt? Muss ich was machen? Hallo? Was ist denn das jetzt? Oh, Alter. Oh, Alter. Hört ihr auch die Musik doppelt? Alter, Vater, nee, was ist denn das hier? Oh. Ist es jetzt fertig? Okay. 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 Oh, nee, was war denn das jetzt? Ja, jetzt müssen wir hier weitermachen. So ganz habe ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Na ja, jetzt ist auch egal. Wir müssen das einfach, wir müssen das jetzt einfach hier machen und dann werden wir also... Ich weiß auch nicht, was wir dann werden. Siehst du, das geht manchmal von alleine. Ich verstehe gar nicht, warum. Siehst du? Siehst du das? Magic Mode. Siehst du, jetzt geht das wieder von alleine. Das ist doch langweilig. Da muss ich ja gar nichts machen. Mensch. Mensch. Was ist denn das für... Jetzt ist das wieder hell. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Kommt jetzt wieder diese... Oh, come on. Alter, was ist denn das für eine Scheiße hier? Oh, sure. What the fuck is this? What is this here? Come on. Tag für Tag. What the... What the fuck? Total. Ah, ja. Ist fertig jetzt. Können wir weitermachen. Gut. Ja. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Ach, jetzt müssen wir mit vier. Oh, boy. Jetzt wird das ja richtig kompliziert. Ja, ja, ja. Ich hab's ja kapiert. Geh jetzt weg da. Ja, ja, ja. Okay, jetzt... Das wird ja jetzt richtig kompliziert. Oh, boy. Hier? Ja, das bringt doch nix. Hä? Hä? Ich muss doch mit vier jetzt, oder wie? Hä? Hä? Habe ich das jetzt falsch verstanden, oder? Ich dachte, ich muss jetzt... What? Na, egal. Schauen wir doch nicht. Hä? Das hat er jetzt nicht ganz kapiert. Naja, egal. Dieser Pfeil, was hat's damit auf sich? Kann man das... Oh. Oh, boy. Hm. Ah. Aha. Puh. Puh. Jetzt meine... Ne, das macht das gar nicht. Hallo? Na, egal. Mhm. Hm. Aha. Oh. Magic Mode. Geht das jetzt wieder von alleine? Ja, coole Sache. Hä? Da muss ich ja gar nix machen. Das ist ja voll cool. Okay, let's play von alleine. Da muss ich gar nix machen. Und die Werbung natürlich. Kommt ne Werbung? Kommt ne Werbung? Oder was passiert jetzt? Oh, der Scheiß schon wieder. Alter Vater, das gibt's doch nicht. 30 Sekunden, willst du mich verarschen? Ich guck mal, das ist aber kein... Alter, das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Ne, 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 ne. Ich glaub, ich werd wahnsinnig. So, ich hab das Ganze mal etwas unterbrochen. Weil den Scheiß musst du uns echt nicht geben. Next Level. Hier. Hallo, nur zwei Sterne. Was war denn da los? So, was... Was muss ich jetzt machen? Aha. L or T-shape. To create a bomb. What? T-shape? L-shape? T-shape? 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 Hier, wenn ich das hier runter mach. T-shape. I-shape? Aha, oh, 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 hier, ich, blf, ha, oh, oh, hey, oh, hey, Magic Mode, yeah, musstest wieder gar nichts machen, coole Sache, und ist schon fertig, und drei Sterne, und wieder Werbung, hoffentlich nicht wieder die blöde. Was ist denn das jetzt, come on, oh, überspringen, überspringen klingt gut, oder, ja, so, hier, mal gucken, was uns jetzt wieder erwartet, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Was ist das hier mit eigentlich, kann ich da gar nichts machen, ist ja blöd. Ist gut, dass das manchmal so wackelt, weil ich sehe das manchmal gar nicht, da muss ich gar nichts machen, das ist voll cool, das Spiel. Da muss ich selbst gar nicht denken, das ist das richtige Spiel für mich. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Magic Mode, yeah. Jetzt, was heißt denn Magic Mode? Das macht einfach von alleine, oder was? Ach, wie ist er, warte. Keine Lust mehr, jetzt kommt schon wieder die Werbung. Nee, nee. Also da kann ich aufhören, also ich hab keine Lust, die ganze Zeit zu ärchern hier und... Oh, jetzt kam gar keine Werbung. Ja, Mensch. Ja, trotzdem auf. Ciao.